Hallo und herzlich willkommen zu Minecraft Hardcore. Bei mir jetzt die dritte Folge, bei meinen Mitstreitern schon ein bisschen weiter. Und mit dabei sind Eismann, Hallo, Virus V9 und der gute Luke Moss. Und wir fangen jetzt an. Okay. Kurz und knapp. Ja, auch meine Zuschauer haben sie bekommen. Und noch immer das gleiche Problem, ich brauche Eismann. Sorry, ich glaube die voll rein. Ich wollte nur kurz sagen, dass immer noch Nacht ist. Ja, ich habe immer noch einen Ladescreen wie jedes Mal noch. Ja, echt? Ich habe nicht gemerkt, dass es Nacht ist. Ja, dann gehe ich nochmal. Können wir eigentlich schlafen jetzt? Hat jetzt nicht ein paar Bett, oder? Nö, ich nicht. Ich bin auch nicht. Ach, Mensch, Stefan, der Unterkrenner zieht wir 1000 Schaden rum. Ich bin, ich, hallo, ich bin kein Mörder. Ich töte keine Tiere. Ja, dann mach dir Scheren. Ich habe, ich habe keine Essen. Wir müssen so simperlich sein dürfen, weil die Revolution, stärkerer überlebt Schwächeren. Doch, das macht sogar Sinn. Stärkere frisst immer das Essen, so. Njam, njam, njam. Du bist oder der Wurst gefressen? Ganz einfach. Ich habe die Evolutionstheorie Ihnen unverständlich erklärt. So erklärt es jemand, der mit 9 seinen, mit 8 seinen Uniabschluss hat und seinen Genitalabschluss. Mit 9. Den Genitalabschluss habe ich mit C. Und dann bin ich mit 9 auf die Uni gegangen. Mit meinem Genitalabschluss. Und dann bist du jetzt deprimierter Genealog oder was? Nein, ich bin Junggeselle. Manche sagen auch Bachelor, weil das professioneller klingt, aber ich nenne mich Junggeselle. Sehr gut. Oh man. Nicht sterben. Und eigentlich, damit jetzt hier keiner kommt und sagt Amtsanmaßung, ich bin kein Bachelor. Kommt noch. Du bist noch kein Bachelor? Noch kein Bachelor. Ich bin... Echt? Ich bin vergeben. Nein, Quatsch. Ja, wenn ich dir jetzt eine Batch, bist du ein Bachelor? Ja, das machen wir. Sehr schön. Dann muss ich... Das ist ein Schwäbischer Ausdruck. Ich dachte, mit einem Bachelor müsste er noch viel Geld haben, zu reich. Er braucht nur Rosen. Mittlerweile nehmen wir verteilen Leute. Rosen, die er verteilen kann. Dann habe ich gedacht, weil du gesagt, ich bin noch kein Bachelor, meinte er so auf Anspielung war es mal erst ab, wenn mein Kanal durch startet. Ja, das kommt immer drauf an. Wie alter Batch läuft, das kann auch sein. Wenn er nach einem Renta hat, dann verteilt er nach dem Friedhof. Aber du Scheiße. So, und das Wichtigste ist, dass wir ein hübsches Haus haben. Oh, ich sieh den gerade. Nee, Einzieskarte. Tschüssig, Jola. Wie sieht mein Inventar eigentlich aus? Das ist ja grausam. Oh Gott, Gott. Und wenn Annie auf dem Kanal zieht, wie sie die nächsten 20 Minuten ihr E-Mail-Karte sortiert. Ja. Du glaubst gar nicht, wie schnell ich im Sortieren bin. Annie, du musst mal meine Folge und dir meinen Kist angucken. Das ist doch extrem wichtig. Du wirst ja nur, dass ich einen Herzinfarkt bekomme. Ja, genau. Das ist meine ja auch nicht dein Gugel. Seid ihr alle so unordentlich? Nee, ich bin natürlich auch nicht. Nee, nur Luke. Ich mach das mal so, ich räume in der 13. Folge doch immer auf, weißt du doch. Ja, stimmt. Und der 13. Und dann ist es in der 15. ist wieder unordentlich. Annie, du weißt nein. Du weißt doch, wer für Kase ist, ich nutze voll zum Süden. Eben. Gewagte These. Aber die haben, das haben sie mal getestet, Leute, die bei ihrem Arbeitsplatz unordnung hatten, waren arbeitstechnisch schneller als die, die alles aufgeräumt hatten. Ja, das ist ja klar, weil die zwei Schuhe brauchen zum Aufräumen. Ich wollte gerade sagen. Und weil die suchen müssen damit, was sie brauchen. Ja, ja, die anderen wissen genau in ihr unordentlich wo was liegt und die anderen müssen zuerst hervorkramen, rausnehmen. Aber es sieht halt schöner aus. Ja, ja, Ästhetik. Es ist immer, wenn meine Frau mal ein bisschen Gleiterstrecke aufräumen, da finde ich auch nichts mehr. Was wollt ihr hier? Ihr zwei Penis, drei Penisse sogar, oh mein Gott. Nichts für mich. Mhm. Ja, wissen Leute, reicht's einfach nie. Nein, ich will kein Boot. Ich will keine Kiste. Ich will keine Kiste. In ein Boot, 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 irgendwas. Da kommt einer, da kommt einer. Geh weg. Mag dich nicht. Jetzt habe ich eine Kiste. Oh, wieso kommt hier nicht ein Huhn raus? Immer noch, ne? Ach du Scheiße. Deine Tür sucht. Apropos, ich brauche mal irgendeine Nahrungsquelle. Ich hätte viel mehr Ruhe. Dann, 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 dann. Ich hätte ja riesen Weizenfeld. Hey. Und eine Hühnerzucht. Ja, das sagt derjenige, der alle Hühner kaltet. Scheiße, ich habe zwei Stück mit. Ich habe keinen. Du schlägst mir schon im Video behauptet, die habe erst laut. Ja, eben. Das waren, glaubst du, da die Hühner und das ging's wahrscheinlich dann. Ich komme jetzt gleich raus zu dir. Ich habe jetzt meine Acer Richtung falsch, komplett meine Acer Richtung. Oh, war das nicht so, dass Leute eigentlich... Also, weil... Nein, Moment, jetzt bin ich mir raus. Bitte fangen sie nochmal von vorne an. Okay, war das nicht so, dass man sich nichts mehr ausleihen kann? Weil glaubst du, dass die nicht mehr abholen kommen einfach? Was ist das? Das ist ein Creeper. Ich habe gesagt, du kannst nichts mehr ausleihen, gleich holen sie noch. Äh, Luke? Ja? Wieso kommen Zombies mir entgegen von deinem Haus? Ja? Weil die Tito wahrscheinlich zu mir hochlocken und dann noch nichts mehr rüberreste. Kacke, ey, ich komme jetzt zu dir. Sehr freundlich. Also hier unten war irgendein Creeper. Da waren drei sogar. Das waren die Piep, von denen ich gesprochen habe. Ich will euch ja gerne besuchen kommen, damit sich meine Zuschauer auch mal eure Häuser angucken können. Äh. Da haben wir keinen Stussy, nicht die Apporter zu uns? Nein! Könnte, könnte ich. Dann weiß ich ja nicht mehr, wie ich zurückkomme. N. Slash. T. P. Nein! Hör auf! Luke Moss 2. Hat das funktioniert? Oder komme ich dann zu ihr? Hör auf, hör auf! Ich muss nicht enter drücken. So. Wehe, wehe. Nein. So gemein bin ich ja nicht. Ich bin ja auch nicht voll in einem Schlimm. Scheiße, 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 Scheiße! Na ja, jetzt habe ich gerade so ein hübsches Haus gebaut. Na ja, so viel kann ja so nett sein in der kurzen Zeit. Tja, denkst du! Z. N. Ich bin ja auch nicht erinnert, oder? Oh, mein Herr studiert mich nicht. Oh. Oh, ich bin ja nicht erinnert. In einer Folge habe ich auch mal eine Haus für den alte ehrwildigen Wots, die bis zum Beispiel. Vorsetzen und das und Let's Play mit Anni selber Verschönerungsreihen gebracht. Genau. Ich glaube, da war immer das falsch, aber egal. Ja, und Huhns Haus, das ist auch überhaupt so ein Ding. Das ist noch nicht fertig. Das ist noch in Arbeit. Jetzt wird das Spiel los. Das macht nichts. Das ist doch Werbung für uns, das ist doch gut. Ja. Ach, jetzt ist ja wieder Tag. Das ist aber immer am Ende von meinem Video verlinkt. Das ist jetzt Play. Nein, nicht immer, aber ab und zu mal. Wie soll ich das machen? Weil es erwähnt. Hui, da gibt's Hasen. So, dann könnte ich ja jetzt mal versuchen, durch die Schneelandschaft zu laufen. Klar, Play, nach gibt's Hasen. Ja, warm euch haben wir auch einen Moment. Wenn dein größter Feind ist, ist die Kälte. Oder macht doch warm, Gedanke. Das geht auch, aber das hilft trotzdem nicht. Den Wärmeverlust kompensieren. Ach, jetzt hör doch auf mit der scheiß Psychologie. Scheiß Psychologie. Ich studiere was Richtiges. wunderschönen da haben wir es nur ein Problem und zweitens ein Kiebelhasen, wenn man es nicht trägt lieber mit den richtigen Gegensatz also bist du doof Aua, ich versuche jetzt mal hier unten lang zu laufen, weil ich keinen Bock habe wieder bei dem Garten zu laufen dass ich hier einen Mauer hinbaue niemand hat voll eine Mauer zu bauen, trotzdem tun wir es ich komm nicht mehr rein dann spiele ich die Mongolen und ihr die Chinesen die große Mauer, die kommt noch die dich aussperren wird, das ist ja so eine kleine Mauer die geht ja gar nicht weiter, verdammt muss ja doch mal in den Berg Ah, Kohle reich also bei mir gibt es jetzt Action ich stürze mir als Todesmutig in das Kiebelloch Okay, dann mache ich jetzt nichts mehr, weil dann wird es wieder zu dir rüber gehen gucken wahrscheinlich Okay, ich mache weiter Jetzt könnt ihr wieder umschalten Alle jetzt woanders hingehen gucken, muss trotzdem vorwärts kommen Das war ja Hilfe, weg, 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 weg Das war jetzt typisch Ich mache eine reine Operation, um den Huhn nach Hause zu schleifen nehme noch ein Ei auf das ich endlich zu Hause habe das Ei an die Wand werfe was kommt raus? Nein, nein, ein Huhn War logisch Ui, ich habe ein Kaninchen-Saal Ich dachte jetzt ein Creeper, das wäre interessant gewesen Was mache ich mit dem Kaninchen-Saal? Ich bin da reingekommen An die Wand hängen EISEN! EISEN! Graz FE Der Luke verlässt gerade die Steinzeit und hat EISEN entdeckt Endlich mal wieder Ich bin ja gecreepert worden Gecreepert? Kannst nicht tragen Gecreepert worden? ETF? ETF? EISEN! 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 So, Todesmutig wieder runter in die Höhle Da gibt es so viel schönes EISEN Das nennt man nicht Todesmutig, das nennt man auch nur Irre Ich bin schon, ich habe ja fast eine komplette EISENrüstung, aber EISEN schwer Also, mein Haus liegt sehr schön, aber es ist sehr schwer zu erreichen Da kommt der selten Besuch Ja, leider Ach scheiße, ich habe einen riesen Schluch gefunden Könnten andere mal besuchen gehen, aber nein Ich versuche ja gerade euch zu suchen Das schaffst du nicht, du laufst vor die Beine Ohne dabei über den Berg zu laufen Boah, weg, 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 weg Also war keine gute Entscheidung Aber vielleicht finde ich dabei zufälligerweise EISEN Das wäre sehr lustig EISEN! 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 Oh mein Gott, dein Zombie Wenn ich eben am Zug, ich bin wieder bei früher 8 oder so Ach du Scheiße! EISEN ZOMMIS! Was schon Diamante gefunden? Die sind noch nicht Atomische Viege gegraben, aber EISEN habe ich auch schon sehr viel gefunden Ne? Ich nehme hier meine Fackel hin Damit ich einigermaßen mehr zurückfinde Das kann endlich mal EISEN, du wirst ihn komplett bauen Oh! Ich will in eine kleine Rolle Dann gehe ich runter in die Schlucht Ein paar Spinnentöte schon broken So, hier ist sogar Wüste, das ist cool Ja, hinter uns ist auch Wüste, hinter uns schon Ja, genau Dann hoffe ich jetzt nur, dass ich den Dschungel finde Ja, neben dem Dschungel sind die hohe Berge, die komisch abgeschnitten sind Ich nehme Bollenschein, glaube ich, überall, dass ein Sauberheit der Lupi jetzt mal abschneckt Ja, das ist irgendwie... Ja, das hatte ich eben auch an der anderen Ecke Seinbar normal Erstmal Bei Minecraft 1 und 8 Zerbeexe Oh, jetzt wächst an zu regnen Oh, jetzt fängt's an zu regnen Oh, jetzt fängt's irgendwie zu grieb um Zu creepen Und jetzt muss durch den Wald, das ist doch kacke Was ist denn bei euch näher? Das, äh, Schnee oder? Ja, Schnee sind ja die hohen Bergen, die halt Schnee haben Achso, aber kein richtiges Biom oder was? Nee Wohnst du da nicht? Na toll In den Bergen? Ach, du hattest Koordinaten gekickt Ja, hab ich auch Gebt noch nix Das hast du richtig erkannt Oh, Mausenberg Der wohnt der Kleiner 12 Aber von den Koordinaten her bin ich auch richtig unterwegs Das meinst du? Ich werd mein Haus nie wiederfinden Ich hab schon wieder hier kampf mit, ähm Glibe viel schnell Ohja Ja, wir machen Kranikboden hier Das sieht zum Kotzen Soll super aus Sieht super aus Ja, rund um mich herum hängs nur mal Betis rum In der Ebene steht da rechts, ne? Ah, ich hab auch ne Schlucht gefunden Naja, ne kleine War die sehr groß, oder? Ich hab sie nicht Ich musste weg, weil da haben vier Skelette auf mich geschossen Aber ein Skelett, das war ein Kripo-Internet Okay, dann ist das wahrscheinlich nicht Ich konnte da nicht so weit vorgehen Ja, wahrscheinlich ein bisschen tödlich ausgehen, ne? Hm Aber ich hab sicher Aber ich hab ein halbes Dickes gefunden Das kann man nicht sein Was? Finde ich jetzt nicht gut, dass ich das nicht gefunden hab Schöner Na, Eisen hab ich auch Ach, Eisen Dementsprechend Eisen finde ich auch kaum was Oh, ich hab einen Dschungel gefunden Ja Er ist schon entgeheißen Ich hab einen Chaos gekunden, in meiner Ruhe Ach, du auch? Ja Cool So Boon, leg mal ein Ei, bitte Moment mal, er ist so ein Chaos und Chaos? Er ist der Bösewild von Skylanders Äh Er hat schon euch 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 irgendjemand spinnt, oder? Er hat schon euch irgendjemand spinnt, oder? Ich hab wohl vergefunden Ich bin nur auf der Spinnenseite Nö Ich hab auch Kekse Ich seh nichts vor lauter Schnee Ich hab auch die dunkle Macht Äh, dunkle Zelda-Macht Wir haben Kekse Wenn irgendjemand weiß, was ich mich zum Beispiel machen könnte, schreibt's mal in die Kommentare rein An die Wand hin, sag ich doch Ach, wie an die Wand hin, ne? Weißkopf Ich hab ein Problem Es wird Nacht Es wird Nacht Es wird Nacht Es wird Nacht Die Folge ist rum Und ich bin weder bei euch, noch bei mir zu Hause Und was war das noch immer? Du kannst sicher alles noch Lol Juck, was ist denn das? Wo ist im Keller, oder wie? Was ist denn das? Ach so Ach so Ach so Ich hab da gerade gekraben auf dem Niveau Dann hab ich da runtergegraben und hab nur Stein gefunden Okay Ich mach da noch was draus Wer das Niveau da dort reinpacken kann, keine Sorge In einer zukünftigen Folge Sollt ihr nicht verpassen? Das ist glätt Wie ich das Niveau im Wald verkrabe Das hat verweichert jetzt irgendwie, dann Aber der verweichert jetzt irgendwie in der Spinnenseite fände ich Nein, wir haben ja keine Spinn Wir sind ja alle noch auf dem Steinzeit-Altar Ich hab zwar Redstone, aber nichts anderes Wie viel brauchst du denn? Ja, für ein Bruch, ein Drehstück Ja, besser Okay, wo bist du denn alles? Jetzt bin ich durch den Dschungel durch Moment, ich komm gleich über meine Rüstung komplett machen Hier sind die Akazienbäume Es ist doch auch irgendwo bei euch, oder nicht? Ach so, so groß ist der Dschungel eigentlich gar nicht Hier, Akazienholz 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 Es ist so dunkel, ey! Ich darf einfach nur ein Poupé hin, deswegen singe ich es jetzt Oh, ein Skelett So, Kat, Akazienholz Schöße Aber wie sie was, die Folge ist vorbei Ja, hab ich schon mal gesagt eben Mal und wieder weiter Lass mich noch kurz zum Loco, wie ich meine Spinnenseite hole Lass mich noch kurz euch finden Okay, die Nachwahl und Sendung versprechen sich alle über ein paar Tage Bestimmt im Haus oder Bestimmt im Händenhof? Äh, im Haus, in meiner Truhe gucken wir mal Das war ein Creeper? In meiner Chaos-Truhe Das ist ein Zombie mit einem Schwert Klopf, klopf Ja Wir finden das, oder? Ja Wir finden das, oder? Ja Also hier ist jetzt so ein abgeschnittener Berg Ja Hier schnitt das irgendwie Hast du eine Truhe von dir aufgenommen? Hast du ein Loch? Oder hast du da eine Tür und Treppe und Leiter? Ja Hier hat es nur ein Wasserfall Sorry Bei uns ist ein Lavafall 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 beim Berg Lava... Ja stimmt, ein Lavafall Wie baue ich den Feil noch? Was ist denn bei... Ähm... Ihr habt ja auch so einen Akazienwald, ne? Nein Was ist denn da noch so? Äh, Dschungel Da hinten kommt der Burkawald Wie baue ich den Feil noch mal? Wie gehen die? Oh... Ähm... Holz und... Peton, ja? Peterholz und... äh... Feuerstein Predfeuerstein Ach, Flintstone, scheiße Flintstone Oh, Flintstone Ob ich's aufpassen, weil ich uns das Video Ich muss mir schräg singen Na, 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 na... Na, 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 na.. auch nicht und nur gewonnen sie ist es Prozent an irgendeinem Berg ob es in der Zeit das könnte noch was sein der Autos fließt mit der dritte und fließt mal aufbauen das Stumpf das heißt ich springe jetzt in die Lagerwelle bis zum Glück über 6 Ja, okay, dann will ich bezahlen. Ja, ich will bezahlen. Ja, ich glaube, ich werde echt die von jetzt. So. Ein Haus! Hier ist ein Haus, da gehe ich jetzt rein. Ich habe viel Eisen gefunden und Gold und Redstone. Ich muss kurz in dieses Haus gehen. Wenn ich die Tür finde. Nicht mein Haus, okay, nicht mein Haus. Ich könnte eine Goldrüstung, weil ich habe mehr gebraucht. Ich habe eine Goldrüstung gerade, wenn es gelägt wird. Also... Da! Ist das Fasen? Ist Luke gestorben? Nein, Luke hat mich gesichtet. Oh nein. Hallo, Fremder! Ja, willst du jetzt auch Fremder mal oder? Ja, heute sind alle drei zitiert und die anderen da rum noch. Okay. Äh, ne, ist noch nicht los. Doch, jetzt. Okay. Ja gut, dann fange ich mal am besten. Ja. Danke fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen, lasst uns doch ein leichter Schalter beim Kanal von anderen vorbei. Und dann sehen wir uns das nächste Mal. Ja. Und ich bin immer noch am Leben, obwohl ich schon durch die halbe Welt gereist bin. Das ist so cool. Toll. Ich bin so toll. Aber wenn ich das nächste Mal wiederum sage, wenn er plötzlich nicht tot ist, muss ich in die Schlucht immer entdeckt haben. Also verpasst es nicht, das wird mein zweiter Tod sein. Und ich bau tot, das muss ich im Haus weiter. Genau. Luka ist die gefährlichste Aufgabe für alle. Das muss ich nicht sagen. Also verpasst es auf keinen Fall. Ich kann die Decke auf dem Kopf fallen, genau. Aber also... Ja. Nein, ich sage jetzt nichts. Ich sage einfach tschüss. 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 Ciao. Ciao.